Musik Musik Wir fahren von Chur über die Hauptstraße Richtung Flims und wollen den Bündner Robinson besuchen In Trin-Molin verlassen wir die Hauptstraße und fahren durch den Wald nach Conn Auf dieser Halbinsel, Isla Castille genannt, am Vorderrhein, wohnt seit 1918 unser Robinson Josef Anton Sturi Ein steiler Fußweg führt zu ihm hinunter Diesen Weg mussten früher seine Kinder im Sommer und im Winter benutzen, um in Flims die Schule zu besuchen Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier befindet sich eine Wasserquelle, die das ganze Jahr die gleiche Temperatur aufweist. Das ist eine primitive Freiluftwaschküche, ohne Waschprogramme natürlich, welche er eines Tages selbst zusammengestückelt hat, um seiner Frau deren Hausarbeit zu erleichtern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rheintal. Es schwemmte auch mir etwa drei bis vier Hektaren Land weg. Sturi betrieb hier eine Forellenzucht. Die Fische trug er nach Flims, wo er sie verkaufen konnte. Für diesen kleinen Verdienst musste er jeden Tag einen mühevollen, steilen, zweistündigen Weg auf sich nehmen. Auf unserem Rundgang über sein Gut weist uns Robinson auf einen Kalkofen hin, der von seinen Vorgängen, der Familie Castille, zur Herstellung von Kalk für den Bau von Haus und Stall verwendet wurde. Bei Geburt eines jeden Kindes kaufte Sturi eine Ziege, welche den jeweiligen Sprosslingen die erste Zeit mit Milch versorgte. Dieses Haus bewohnte er mit seiner ganzen Familie die erste Zeit seines Insellebens. Das war's. 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 Auch an Strom mangelte es der Familie Sture nicht auf der Halbinsel. Er stellte Sture doch mit seinen Söhnen zusammen eine Druckleitung und ein kleines Elektrizitätswerk. Damit wurde auch seine Sägerei betrieben, welche wiederum Voraussetzung für den Bau seines zweiten Hauses war. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer mit der rätischen Bahn von Trin nach Versam fährt, hat Gelegenheit, diese prachtvolle Naturschönheiten des Oberlandes zu genießen. Ursache war der Flimsa Bergsturz, der vor etwa 15.000 Jahren stattgefunden hat. Musik 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 Blendende Wände, Sägegräte und fantastische Türme haben sich über den Flussauen im Laufe der Jahrtausende gebildet. Das Familienleben zeichnete sich durch einen engen Zusammenhang aus. Die Kinder leben heute in Mainfeld, Igis, Felsberg oder im Unterland. Eine Tochter fand sogar aus der Einsamkeit in die Weltstadt New York. Wo sie sich einige Jahre aufhielt. Zu seinen Berufen als Schreiner, Elektriker, Fischer, Landwirt und Holzfäller musste er sich bei Geburt einiger seiner Kinder auch noch als Hebamme betätigen, weil fremder Hilfe meist zu spät kam. Zur Folge des schlechten Zuganges und der Verbindung mit der Umwelt war für das Ehepaar Sture der Schulbesuch ihrer Kinder ein großes, zeitweise fast unlösbares Problem. Der Weg nach Flims ist weit, steil und im Winter sozusagen unzugänglich. Und um die Kinder nach Fasam zur Schule zu bringen, mussten diese mit Hilfe eines Drahtsaalzuges und einer selbstverfertigten Kabine über den zeitweise hochgehenden Rhein befördert werden. Um, 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 um. Im Winter Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir hatten also nochmals Gelegenheit, uns kurz mit diesem sympathischen Kreis zu unterhalten. Der Bündner Robinson kehrt zurück in die Natur, auf seine Halbinsel, wo er als Pionier ein langes, mühevolles und doch befriedigendes Leben zu Ende führen wird. Untertitelung des ZDF, 2020